Nihau Leute! Es bin's! Heute mal... Ich bin ein Chineser und Leute, heute machen wir ein RP mit dem her, das ist der Idefix das geht, den kennt ihr ja natürlich, Leute und ja Leute Wir machen heute so ein RP das chinesische Bild er ist fisch, ich verkaufe Sushi was ihm gar nicht gefällt und jetzt viel Spaß Leute Auf jeden Fall Leute, ich bin da schon ein und jetzt gehst du erstmal kochen bisschen Sushi so ich hab das hier Urgen wo ein Ofen ich weiß nicht Leute bisschen Fässer angeln ich kann das mal eigentlich machen so da so schön Eis verkaufen wir Eis Eis Leute wer ist denn da? Ach die Scheiße auf die Füße Leute wer macht denn da so ein Lärm? es kann doch wohl nicht wahr sein Eiscreme leckere Eiscreme Leute es glaubt doch wohl nicht macht da grad wirklich jemand vor meinem Laden Werbung es glaubt er hat ich geh mal mit nicht gezuckter Wasser Hallo sag mal sag mal spinn sie bisschen wie heißen sie denn überhaupt FUN FUN das kann doch nicht sein Leute was machst du hier einfach Werbung wir wissen schon dass das mein Lärm ist oder? es glaubt bei ihnen hat es bisschen Kann ich mir was zu essen kaufen ich bin hungrig? ja dann kaufen sie das was zu essen was wollen sie denn haben kommen sie mal mit ähm was haben sie denn alles für uns? also wir haben ein paar Getränke wollen sie bisschen was wollen sie denn trinken Wasser, Aira, Fanta was wollen sie denn trinken? ähm Wasserbücher ok jetzt bring mal ein Wasser groß oder klein ein großes bitte ok ok Leute wir besiegen hier unser ersten Gast heute ok hier setzen sie sich mal hin wir wollen bestimmt auch was zu essen ne setzen sie sich erstmal hin hier ihr großes Wasser bitteschön danke bezahlen sie jetzt oder später für das Wasser ähm später später mach ich was haben wir alles zum essen also was wollen sie denn haben wir haben Sushi oder was wollen sie denn haben ich glaub ich hab nicht richtig was ja ich weiß Sushi ist sehr lecker ich zeig ihnen mal was ich genau alles habe wir haben hier Lachs passt zu ihrem Kopf sieht genau aus wie sie ein bisschen sie sind hier in dem Laden richtig haben wir noch Forelle, Kabeljau was wollen sie denn essen? sag mal springen sie was wollen sie denn jetzt hier essen gar nichts von denen das ist das blöde Laden hier was ist das denn für einer? ok wir besorgen sie mal was der sagt schon aus wie so ein Fiss alter bestimmt vegan oder was bestimmt Mais wir kaufen ihm mal Mais so Leute bis gleich so Leute ich sag mal hier meine Kollegin Sani angeln mal bitte ein paar Fische keine Ahnung wo die ist so ein paar Kurmeister Chinesen sind da Sportless aber leider keine Leute ich weiß nicht wo ist die keine Ahnung Leute wo ist die denn ich weiß nicht wo der ist ja ich weiß es nicht ach hier bist du ja mach mal hier bitte angeln mal ein paar Fässer bitte ja ja ok mach es ah was hart ist das mach jetzt auch mal bitte yalla so oh was ist denn hier los? oh Leute nicht wundern hier mir ist bisschen hier was kaputt gegangen mir ist bisschen was explodiert beim kochen ach sie ist schon wieder guten Tag was machen sie denn hier? ja ja ich hoffe sie haben jetzt heute etwas besser ok jetzt guck mal was sie für sie haben rasten sie bitte nicht aus wir haben jetzt hol mal alles ein Essen raus suchen sie sich mal was aus keine Sache geht aufs Haus wir haben Pilze wir haben Salat wir haben eine Qualle wir haben 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 davon haben ist doch was gutes dabei oder nicht das mache ich mache mal okay die dürfen sich da etwas zu essen nehmen wollen sie was zu trinken setzen sie sich bitte erst mal hin ist machen was ok gott doch gut dass man hier verhandeln kann leute wir machen dem jetzt eine box mit frühlingsrollen und sushi und sushi leute so muss man kochen so ich habe hier eine box mit sushi pilze und ja bisschen frühlingsrollen und so ist das was für sie ich habe auch noch hier was das ist das macht bestimmt sehr gut für sie oder hier so ein leuchten wollte da was essen von was ist jetzt mit ihnen los wir haben ja noch ein kindermenü scheiße was bin sie aber leute schnell weg hier scheiße leute was ist dann in den gefahren und das kommt gleich mal vorbei bei dem das muss mich erst mal verstecken der hat mir weh getan ich hab ich hab bisschen hunger das erste erst mal nam 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 so laut haben wir gucken mal ob das jetzt bei euch hat leute ich hoffe jetzt spielt hier beruhigt und ich weiß nicht sollte sie gezogen die waffe nehmen ich weiß nicht weil der ist schon echt ein schizopat es kommt mal bei dem vorbei es läuft man zu dem leute das ist dann auch in meinem laden guckt sie dann das heißt was macht der guten tag hervorhin haben wir das bisher bereut warum sollte ich mich beruhigt haben ich hab hier auch noch ein bisschen was zu essen für sie kostenlos was sie lecker aus ne herr geld sind gut warum weinen sie was labern sie wie kann hier so ein fisch sein sind sie ein fisch oder was scheiße leute das erklärt sein komisches aussehen leute ich glaube der macht jetzt rache scheiße nein lassen sie doch mal ein rohr gerade bei ihnen hat sie soll es nicht und was bringen sie haben doch hier sie haben doch noch einen sohn das reißt doch ist dann das schlimm wenn einer tut sie haben doch ganz viele oder leute ihr wisst ja füße haben viele jetzt störe ich das ganze gebäude bitte tun sie mir nichts heißer leute ja ich kill die einfach ohne leute die menge kill ich einfach die sind eh böse mit dem kann man auch nicht reden die hören nur was er will auf ihn hören die noch wie so ich glaub sie spinnen so dafür dass sie jetzt alles kaputt gemacht haben zieht sich jetzt ihrem ferrari ein platten haha da haben sie da von kam an da pacleter viel스터 was sind alles keine fisch kinder so dass auch seine kinder oder mal sein kursen ich muss gerade hausauer soll euch her wie guck hier mal das sind ja immer noch sagen so dass es bestimmt seine kursen oder so richtig gut ich dachte türkern großfamilien ja super aber guck als jeder den fest alt haben da ist jetzt bei den frühlingsräumen zwei leute ok was wollen sie von mir das stören jedoch hier alles wenn sie wollen ja auch das haben wir selber so wollte da sind seine männer mal wieder Töte mich doch, wenn du möchtest. Komm, setzen Sie das mal hier hin. Es ist ein bisschen... Leute, aua. So, mach jetzt deine Hände hoch. Ich glaube, hier sind noch Leute von dem. Warum sollte ich? Aua, Leute, hier sind noch Leute von dem Körbel. Bam, bam, bam. Weg mit dem Smalls. Mach jetzt deine Hände hoch. Du hast letztens gar kein Haus gebracht. Ich glaube, es hat... Leute, ich habe ihn bewusstlos gemacht. Guck mal, wie er hier liegt. Man sieht nur noch seinen Kopf, Leute. Oh mein Gott. Der arme Leute, ich würde sagen, er tut mir schon ein bisschen leid. Guck mal, wir haben gefühlt, seine Sorgen umgebracht. Jetzt würde ich sagen, Leute. Es ruft immer einen Krankenwagen an. Tod, Tod. Und Leute, ich würde sagen, es muss schnell weg hier. Vorher noch die Polizei kommt. Hier habe ich natürlich Hühnchen. Verkauft es natürlich auch. Tschüss Leute. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Der abonniert Kreuzbanger YouTube. Und cool Socke 8 auf Omelette Card. Und er zeigt Xander YouTube. Er zeigt Xander... Ne, Quatsch. Xander, ähm... 72. Der hat jetzt einen neuen Kanal. Seit heute. Sind wir also, wenn da das Video online ist. Seit vorgestern oder so ungefähr. Und... Der heißt halt Gaming Xander 72. Und ja, abonniert und Kreator Kuxitachi. Und willst du noch was sagen? Ähm... Abonniert fleißig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute.